Ihr nehmt alle fröschen Wasser mit rein und rein, dann nimmt eine Flasche. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Wir haben drei Augen gefahren, weiß ich nicht. Vielen Dank. 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 Ja, dann drehe ich lieber hier nicht. 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 Das ist halt sehr schwer zu erkennen. Alter! Boah, war knapp, ne? Spreist du auch die Stimme? Stimme, alles. Also ich guck immer hier so rüber, weil du hier nichts erkennst. Ich guck einfach hier. Ich guck ja ein Bild. So ist schwierig. Ja, weil die Sonne drauf ist. Dann suchst du dir so Fixpunkte. Irgendein Hausdach oder so. Ja, genau. Dann guckst du, da ist das Tor ungefähr. Oh, den Sack drehe ich noch ein bisschen, ne? Du musst das Spiel mitgeben. Spiel, Spiel! Zeit drauf! Kinder, komm raus hier, komm raus! Alle haben wir! Geh, geh! Boah! Boah! Egal, hauptsache drei Punkte, weiß ich nicht. Klar, weiß ich nicht. Das ist ja der letzte, ne? Da ist schon alles. Wenn ihr Gesicht habt. Ja. Oder wollt ihr endlich da laufen? Oder wollt ihr endlich da laufen? Ja. Ich bin erst Mittwoch wieder. Nee, boah. Sportlich. Ja, oder was? Ja? Ja? Können wir ja nachmittag mit dem Fest zusammenfahren? Nee, ich arbeite. Ja, Dienstag, Dienstag. Dienstag bin ich auch hier. Ich hab jetzt zwar Geld mit, ich brauche aber ich geb dir Dienstag. Dienstag bin ich auch hier. Okay? Okay. Die gibt's nur in einer Farbe, oder? Die gibt's nur in Schwarz, normal. Das ist Original. 42, ne? Genau, ja. Ich muss sowieso hin. Und nö? Nein, ich muss sowieso hin. Ich muss für Florian eine Schuhe holen. Ja, okay. Dienstag bist du ja wie so da, oder? Auf Ende? Ich bin ja. Wohne, ich bin ein Problem. Ich bin ja, ich bin es ein Problem. Ich bin ja, ich bin ein Problem. Ich bin ja, ich bin ein bisschen. Binnen wie geht's. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Entschuldigung. Das ist oder was ich nicht. Pferde, 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 die 6. Hey! Wie bist du? Christoph, geh mit! Christoph, geh mit! Komm mal drauf! Die drei, die drei, gut! Tor! Wie warst du ein Tor, ey? Hallo, Benni! Gut, 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 Christoph! Komm, Schritt, Schritt! Pippa, Pippa, komm, Pippa! Komm, Pippa, komm, Pippa! Gehe, Pehe, heee! Gehen Sie, mach mit! Gehen Sie! Gehen Sie! scpte. Armin, das ist ein Killer heute. Wo ist der Mann? Ich muss das nicht, der Mann geht dir... Halt, halt, haalt! Und der ist der Mann am Landtag nicht. Und der ist die Mann! Nein! Ja, die spielen aber heute nicht so gut. Der erste oder was? Ja, genau. Ja, aber wir kennen uns gut. Adapter. Klasse, ich spiele ein bisschen Dreh. Ja, machen wir. Was für ein Tor. Ja, Tor wollen wir sehen. 3-1. 4, ja, 3-1. 3-1. 2. Halbzeit oder was? 2. Halbzeit, ja. Wir haben um 2 Uhr angefangen. Der mit dem Benzahn hat, das ist 2. Halbzeit. Das ist sein Fahrrad. Das kannst du im Internet lesen, äh, gucken. Ich würd's ja gucken, wenn du schwach spielen. Ja, aber die anderen Spiele sind gut, aber das ist normal. Wenn ein Gegner schlecht ist, bist du automatisch schlecht. Weißt du, bist wussbar. Ne? Ich weiß nicht. Das ist aber ne komische Rechnung. Doch, ist wirklich so. Auch Bundesliga. Wenn du jetzt gegen 2. Bundesliga spielst. Ja. Aber Bundesliga? Moment. Die spielen aber mit Tempo. Ja, okay. Aber wenn jetzt ihr 1. gegen 2. spielt. Also von der 1. gegen 2. ist auch ne Fisch. Ja, das ist natürlich ne Fisch. Ja. Jetzt kannst du mithalten. Bitte. Bitte. So, danke. Gut, dann wollen wir in der Mitte noch ein bisschen. So, genau. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Das ist ganz schlimm. Das ist ja richtig wie Seniorenfußball. Naja. In 20 Jahren hatten die auch noch so ne Energie. Das ist ne ganz komische Generation. Die haben keinen Power. Keine Power. Hm. Die haben auch eine Chance gehabt da. Ja. Trinkte, ne? Ja, Mann. Wurden mehr hier führen können. Mehr Tore machen. Wenn man so einen 16er Raum hat, dann muss man das ja verwenden. Das müsste auch. Ja. Das wollte sich ja stehen, aber nicht bald. So, jetzt gucken wir uns die Türken an. Was willst du denn da noch gucken? Die spielen doch schon. Ja, aber wenn du das machen kannst, kann man ihn nicht suchen. Nee, der kann es auch nicht so machen, weil der schrott.